Die im Jahr 2015 von Gottschlich entwickelte ESD-Drehsperre ermöglicht den kontrollierten Zutritt zu ESD-Schutzzonen. Per Fußmatte wird sichergestellt, dass nur Personen mit entsprechenden Arbeitsschuhen Zugang zu den ESD-Schutzzonen erhalten. Der Zutritt wird nur für jene Mitarbeiter frei, die den Personal Grounding Test, welcher direkt in der Drehsperre verbaut ist, positiv bestehen. Bei diesem Test wird überprüft, ob die Grenzwerte für den Ableitwiderstand nicht überschritten werden. Im Fall von fehlender adäquater Arbeitsbekleidung ertönt ein akustisches Warnsignal und der Zutritt wird verwehrt. Gottschlich bietet die ESD-Drehsperre als einziger Lieferant im Gesamtpaket an. Das bedeutet, der Personal Grounding Test ist formschön und kompakt in eine Drehsperre eingebaut und ist funktionell mit der Steuerung und den Signalgebern zusammengeschalten. Die Gottschlich ESD-Drehsperre – die innovative, kompakte und effiziente Lösung für den Zutritt zu ESD-Schutzzonen.